Und das Spiel läuft. Das Drittling nach innen. Ja, der Schuss jetzt. Klasse aufgepasst vom Torwart. Stütz. So wird das nix mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Wir sehen es. Sie lassen sie kommen. Klasse ausgetrickst. Gefährlich. Sie werden für ihre defensive Ausrichtung nicht belohnt. Da ist das Tor. Ja, da war die Lücke da. Da hat sie nicht aufgepasst. Und so kann es eben gehen. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Und dann kommt dieser harte Ball aus der Halbdistanz. Das ist wunderbar getroffen. Das ist eine tolle Technik. Drin ist der Ball unhalbbar. Schöne Aktion. So, da ist es. Und jetzt sind sie mit zwei Toren vorne. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann ist es klasse gemacht. Knipser-Qualität, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Er schirmt den Ball ab. Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Ja, da hätte das Tor auch fallen können. Er muss sich lang machen, aber dann hat er diesen Ball. Das müssen sie eigentlich anders lösen. Kevin Stöger. Hoffmann. Sie leben noch. Das war der Anschlusstreffer. Geht noch was. Schon überraschend, Herr Treffer. Bisher waren sie ja noch nicht so gut drin in dieser Partie. Aber da müssen sie jetzt dranbleiben. Sich weitere Chancen erspielen. Dann kann das noch was werden. Einfachen Bälle holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. So wird das nix mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Jetzt ein Tor nach der Ecke und dann ist die Führung schon deutlich komfortabler. Er schießt. Tor Stuttgart. Wunderbar, wie er diesen Ball trifft. Da ist eine Menge Wucht, eine Menge Power hinter. Da hat der Keeper keine Chance. Da zahlt sich das frühe Stück. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieg geht heute also an die Gastgeber. Es wird also dieser klare Ligasieg. Sie lassen gar keinen Zweifel aufkommen. Das war schon wirklich stark heute. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Der Torhüter ist da.